Nee schon. Diese Anlage ist extrem gefährlich. Passen Sie auf, dass Sie auf dem Fließband nicht zerquetscht werden. Alles cool, Bici. Stirb, du Scheißerl. Ich muss echt aufpassen, ey. Wie süß, die haben sogar sowas noch in der Zukunft. Wie dumm ist das denn? Lauf, die zu bewegen! Bam! Bam! So, kann ich nur nicht mehr für die Waffe, ne? Was haben wir denn hier? Das Bitfall ist kacke. Die Fahre bringt nichts. Aufmachen! Hey, da haben wir gesagt mit gar nichts. Gehen wir einfach mit. Scheiße! Fuck! Das war jetzt nicht so geil. Okay. Genau. Ein bisschen gewandert. Ähm. Ich... Ich... ...wollte das so nicht machen, ey. Ich... 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 Tschuss! Tschuss! Oh, oh, oh. ähm ähm, tot was haben wir hier noch zu verwaffen? 2 Scheibenkleisterei hier, blablabla wir vergehen gegen 2, Alter können wir selber behalten scheiß Spitfire, warum haben die keine ja, verwoll kann es sein, dass ich keine Mühe, oh fuck äh also die eine war vielleicht mitgekommen äh die scheiß Spitfire jetzt nehmen ausstehen bereit Kopfschmerzen merkt euch das kleinen Pimp scheiß Spitfire will ich nicht ach 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 du scheiße nein danke die bauen hier Landschaft auf oh Gott sei Dank habe ich mich jetzt noch verhalten guck mal guck mal was passiert hier ich muss mich ganz schnell an einer so eine Wand entlanghangen wach ha ha oh das war knapp bam Ich muss noch dran Okay, das war gut Seid ruhig, das war gut Was haben die für Helme, Junge? Ich bin der besteste Spieler aller Zeiten Boom Ich hab jetzt liegen Der mehr Jawoll Scheiß, den geht doch nicht kaputt, ey Das ist der Kuppelgum Shhh Oh, das ist ein Schiff Oof, was ist das in hier? Ok Oh, oh Nein! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Nein! Scheiße! Was? Nein! Alles cool! Kacke! Ey, ist interessant, ist echt cool! Ich find das... das Level hier richtig geil gemacht. Ja, was ist das? Pilot, ich werde durch einen Bereich gebracht, in dem fertige Elemente gelagert werden. Wir sind echt weit weg. Gehen Sie weiter. Okay. Was zum Teufel bauen die hier, BT? Unbekannt. Aber ich bin zweifle, dass die IMC Häuser fertigt. Die zerstört sie für gewöhnlich nur. Trainingslage, würde ich sagen. Das ist so ein... Trainingseinheitsplätze. Nein, Tix! Nein, tix! Ja, das ist alles schön. Ich muss warten, da fährt sie mich jetzt hoch Und diese Laserdinger scheinen nichts gutes zu wirken Was war das denn für ne knappe Angelegenheit? Ich hab keine Ahnung wie ich richtig gehe Er ist weg Er ist weg Ich gar nicht, brauch solche Lügen zu verbreiten Ne, warte mal Nein doch, ich bin weg, ich bin gleich wieder da Tschüss Jeze Bambamamamamamamamamamamamamam Ich wollte dir nach der Akse juckt das in beseite, ich wollte mal kratzen Jetzt bumm niemand Sauern aus 꽃 Oh, ihr Luschis. Was? Hier, behalte deine Scheiße. Stimmt, Hazel oder sowas. Spitfire. Fucken. Warte nix, was ist das denn hier für eine sinnlose Ecke? Der Architekt hat verprügelt. So, kurz beobachten, was passiert jetzt hier. Fährt da ran. Okay. Mit da rüber geschleidert. Da ist mein Rausstieg. Okay. Hey Hübscher, ich komm mal mit, ne? So, ich spring mal hier raus. Könnte ich da irgendwas finden vielleicht, da oben, da hinten oder sowas. Da haben wir einen verdammten Helm oder so. Au. Wo ist der denn hin? Ähm. Ja, geh, 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 ich hab keine Munition mehr. Ja, komm, nur mit. So, gleich, geiz. Muss echt viel mit Waffen wechseln, ist eigentlich immer so schlecht. Das ist ja dein Lieblingswaffen halt, ne? Aber was wird's halt machen. Dann's. Dann's. dann. 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 wir nehmen es einfach mal mit jetzt die Sniper die Sniper gewischen 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 ich brauche Ganaten okay nix